jo leute was glaubt willkommen zurück zu einem kleinen video auf meinem kanal heute auf jeden fall ist ein ganz großer tag für mich denn ich werde kurz mein geld abholen und dann werden wir auch schon in urlaub fliegen das war auf jeden fall richtig geil ich werde mortal und nemo natürlich mitnehmen meine zwei besten freunde und ich habe mein geld hol mir noch was zu essen gehe ich schnell zu morten nemo wir holen ab und es gibt wurde auf jeden fall neuer flughafen gebaut das war richtig krass und ja 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 kommst du raus ja das leben heute in urlaub ach stimmt warte ich hab was vergessen mitzunehmen warte ich komm gleich ich schreib kurz okay fein flug beginnt in 15 minuten wir müssen uns nicht beeilen ich komme ich komme ich komme ich mache schnell wie ich komme ich komme ich komme ich bin da ich komme schnell warte ich nehme mein eigenes auto hier ich fahre schon zu nehmen und holen wir haben keine zeit die müssen sie müssen das ist weil die die es geht kommentiert blut Oh nein! Los, los! Ich bleibe nicht! Ich bleibe nicht so schnell wie ich jetzt! Wir sind rechtzeitig Puh, es ist immer doof Es piept nicht! Weißt du, dass ich fliegen kann mit einem Helikopter? Echt? Ich kann es nicht. als ob ich kann ich hab studiert und sagen okay alter leute wir sehen uns auf jeden fall wenn wir dann angekommen sind und ja bis nachher so leute und wir sind jetzt da ja ja die ich gemietet habe so steigt er aus ich weiß nicht was ist unmöglich alles aus gold ich hab dafür nur eine halbe million ausgegeben ich bin ich hochgekommen das ist unser zimmer wir haben ja unser helikopter noch lasst ihr insel anschauen hier gibt es nicht zu sehen dass das zum vulka oh mein gott die jahr holt mich ab leute ich will fliegen ich will fliegen ich bin ausgerutscht ich bin so stark ich darf den gelaufen oh mein gott zum glück überboden es ist ach alter passt doch auf ihr kommt ja nicht mehr raus die fische oh oh hol den helikopter hol den helikopter es ist heiß es ist heiß es wird höher es wird höher nemo Leute ich werde jetzt so tun als ob ich die dort lasse und die wissen das auf jeden fall nicht und das übel gut ich werde jetzt auf jeden fall so tun als ob ich die dort lasse und die werden dann bestimmt richtig ausrassen nemo was sollen wir jetzt tun ich weiß nicht und unser lauer steigt immer weiter ich weiß was wir tun sollen helik 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 der helik du بت ging ihr was wenn Bis zum nächsten Mal. Tschau.